Zwei Leute gehen vor, checken die Situation, gucken mit Wärmewild und Nachtsicht. Während die anderen alle Himmelsrichtung sichern. Sobald irgendwo Bewegung ist, sind wir alle mit Funk in Kontakt. Ohne die Bilder von uns würden hunderte von Straftätern noch frei rumlaufen. Das ist der einzige Zweck, warum diese Tiere hier geboren und gehalten werden, um sie zu töten. Der Bauer kann mit diesen Tieren machen, was er will. Und nur weil was legal ist, ist es nicht ansatzweise legitim. Das ist unvorstellbar, was die Tiere durchmachen müssen. Unsere Leid geht hier Jahre lang. Hier liegen offene Spritzen, hier liegt das Penicillin. Alarm, weg, weg. Wartet mal, der Obere, der lebt noch? Der lebt noch, der atmet noch, der liegt auf seinen toten Geschwistern. Der lebt noch, der größte Leid. Dürfluf. Bauer. Dürfen Dumpen. Dürfen Dumpen. Dürfen Dumpen. Untertitelung des ZDF, 2020